Was geht ab, Bo's? Was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy Wingardium Leviosa in dem Haus Slytherin, was nicht wirklich das Haus Slytherin ist, weil wir sind viel zu gut für das Haus Slytherin. Voldemort wäre empört, wenn er hören würde, wie gut wir eigentlich sind als Slytherin. Aber ja, Bo's, wir sind mit Sweeting Poppy unterwegs. Oder Poppy Sweeting, Entschuldigung. Wenn die Leute auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg? Immer wieder übelst im, ja, Stress, muss ich ehrlich gestehen. Immer noch voll im Umzug. Jetzt wieder in meiner Pause schnell heimgerast, um diese Folge zu drehen. Deswegen nimmt es mir nicht böse, wenn alles immer noch so ein bisschen chaotisch ist, aber bald, 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 Bo's. Ich glaube da dran. Wird sich alles verändern oder sogar verbessern, sage ich jetzt. So, also, wir sind dem Wilderern auf der Spur. Ein Kniesel. Boah, ich habe die Steuerung verlernt. Ach du Scheiße. Schaut euch an, wie geil das Ding ist. Ein Kniesel. Jetzt ist alles gut. Ich liebe Katzenartige Wesen. Ich liebe Katzen. Nehmen wir gleich zwei Stück mal mit von denen. Je mehr wir retten, desto besser. Denen wir auch noch mitkommen. Fangen ist echt ein bisschen zu einfach. Einfach vier drücken. Geil, Mann. Da ist noch eins. So, ein Weibchen noch in die Bande. Schon witzig. Die versuchen abzuhauen, obwohl ich sie retten will. So. Haben wir genug, oder? Oh. Was haben wir denn hier? Bekernst du mal wieder gegen Spinnen? Der hält echt viel aus, ne? Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern. So. Noch ein bisschen. Dann haben wir Level 28 Boos. Uh. Ich grüße euch. Wir sind da. Was geschieht jetzt? Was geschieht jetzt? Was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Okay. Äh. Ja. Gut. Ich würde sagen. Ach hier. Es zeigt auf jeden Fall Schlüssel und die Sonne da an. Die Sonne. Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Hier. Hier. Der ist nicht drauf. Hä? Hä? Ah. Der muss, glaube ich, hier hin. Schlüssel. Der hier zur Sonne. Nee. Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. Ja, warum leuchtet der denn jetzt? Ach so. Ach so. Ich ging ja leuchten. Vielleicht hat es was mit Licht und Dut. Jetzt. Da, Dorin. Ein Durchgang. Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter ist. Und jetzt muss ich euch verlassen. Ja, natürlich verlässt du uns. Wir machen eh alles alleine. Du kommst nicht mit rein? Der goldene Hochsitz. Das hört sich mal wieder sehr interessant an, Boos. Oh. Kommt gleich eine Cutscene, oder? Nee. Hä? Komisch. So. Mal wieder ein mystischer Untergang. Seh dir die Malereien an. Komm, riech. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu besuchten. Das ist so plätzevoll. Ich könnte kotzen. Wie kommst du da raus? Ich könnte echt kotzen. Ja, da werden jetzt einige wahrscheinlich schreiben, du bist selber schuld. Kannst du es erweitern? Und bla. Das ist doch nicht der richtige Weg, ey. Und nicht die Lösung dafür. So, dann schauen wir mal weiter. Au. Ein Lebensbaum. Oh Gott, ich kann nicht mal. Wir finden hier einfach sehr viel Geld. Und wir können unter dem Baum durchlaufen. Einfach mal komplett alles zerstören. Oh, hier brauche ich. Mal wieder. Den Lumos-Zauber. Wie lange ist es her? Ein Gold. Oh, wollte mich schon aufregen. Gott, ey. Das nervt mich so. Jetzt passt auf. Jetzt tue ich irgendwas wegwerfen. Was ich nicht brauche. Weil es Schmutz ist. Und ich kriege den nächsten Schmutz. Aufgepasst. Mit Ansage. Wir handeln alle von Tierwesen. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Ich kann es kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. So. Aber ich bin echt gespannt, ob wir Schnatzer finden werden. Das wäre mal echt interessant, auf anderen Sprachen das zu hören. Ich meine, auf Englisch und so ist ja klar, aber so komplett andere Sprachen wäre doch mal richtig lustig, oder nicht? Wie das alles heißen würde. Irgendwie so französisch. Den Gardium Leviosa. Akio. Jetzt noch Avada de Capro. Okay, das war jetzt echt nicht französisch, aber... Ihr wisst, was ich meine. Den Gardium Leviosa. Das sieht natürlich sehr, sehr stark aus. Die Raben da. Okay, keine Angst vor meinem Konfringo. Alles klar. Schwarzer Magier? Ach, nee. Wer muss eigentlich auch an Yu-Gi-Yu denken, wenn er Schwarzer Magier hat? Oh. Ach, jetzt kommt ihr natürlich. Wenn alle besiegt sind. Ne? Boah, die kämpfen doch mit. Geil. Entwaffne einen Gegner. Äh. Ey, wie cool, dass die mit uns kämpfen. Alter. Ja, mach's auf den Falschen. Stark. Uh. Geht ganz schön ab jetzt, ne? Oh. Ich glaube, das waren alle. Seitdem du ihn hast. Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen. Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagt. Ja, Alec. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorher gesehen hast, ist geschehen. Also. Danke für die Hilfe. Ich hätte es jetzt auch ohne euch geschafft, aber ja. Boah, wie cool. Dann rein da. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Da kommen jetzt wahrscheinlich die Schnatzer, oder? Boah, noch in Eiern. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Dass wir ihn brechen. Okay. Gerne. Und... Hopp. Das war's. Geil wäre das, wenn die jetzt schlüpfen. Klopp, 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 klopp. Oh nein, sie schlüpfen wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie süß. Oh, ist das cool. Geil, Mann. Danke, Dorin. Für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Eine Zeitlupe. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Alter, was für ein... Was für ein komisches Lachen. So. Was ist das? Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Alter, wie süß, Mann. Schaut's euch an. Würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Mit kleinen Kakerlis. Ja, ja, mach was du willst. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Und Level 28? Nein. Ach komm. Ähm. Was war's jetzt? Bleibt jetzt einfach hier und... Ah, süß. Können wir eigentlich hier rausfliegen? Natürlich. Schade. Warte mal, warum? Komisch. Hier gibt's halt echt nichts mehr. Ey, wir sind fertig einfach. The fuck? Was war's? Spricht nicht mal mehr ein bisschen mit uns. Das kann ja nicht wahr sein. Fehlt... Oh Gott, ey. Uns fehlt so wenig. Naja, Boos. Dann müssen wir das sogar noch angehen. Das verlorene Kind. Schriftlich in Lower Huxfield mit Nettie. Kann aber nicht mal in die Karte. Ich muss hier wirklich rausgehen. Ein paar Gegner werden vielleicht noch geil. Dass wir vielleicht unser Level erreichen. Ich muss hier noch mal in die Karte. Kennt ihr das? Ausrüstung voll und ihr probiert es trotzdem wie verrückt. Seid der Meinung, da könnt ihr sich ja vielleicht was freischaufeln. So. Man muss hier rausrennen eigentlich. Könnt doch eigentlich gleich raus. Verlassen. Ja. Dann verlassen wir das mal. Zurück ins Tal von Hogwarts. Vielleicht passiert da ja noch was. Würde ich begrüßen. Ich glaube tatsächlich nicht. Nein. Einfach nur Tag. Gegner da hinten. Was? Was? Ja. Geile Gegner. Ach ja, warte mal. Da war ja noch was. Da war ja noch was. Ach komm, Mann. Hä? Eure Ernst? Schade, dass das niemand hier sagt. Bei Merlins Bard. Merlin ist ja der größte Zauberer überhaupt, oder? Oh, wie ist der Level 28, Boss? Ihr wisst, was das bedeutet. Boss ohne zu zögern. Scheiß mal auf Nettie, Alter. Im Schatten des Relikts. Mit Ominous in der... Ah, bei der Katakombe sprechen. Denn... Avada Kedavra wartet auf... Endlich. Dieses Spiel... Fast schon nur deswegen angefangen. Jetzt endlich können wir nach dem Spiel mit Level 28... ...dieses Thema angehen. Oh, geil, Mann. Let's go. Ich muss ganz kurz Boss mein Outfit ändern, weil... ...so können wir da nicht auftreten, wenn wir diesen Zauber lernen. ...so können wir... ...so können... ...so können wir... ...wollen... ...wollen sagen, was düsteres, aber das gibt's ja nicht, ey. Nur so... ...so scheinbar helle... ...helle Sachen. Muss es was von hier sein. Gerade an. Ja, komm. Das, das passt ganz gut, oder? Wir nehmen das. Oh Gott, ich hab das... ...wollen wir früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Enferi. Enferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Oh, 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 oh. Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Katakombe von Feldcroft. Ich muss ehrlich sagen, diese Nebenaufgabe, Nebenmission mit Sebastian... ...bier fast schon mehr gefallen als die Hauptstory. ...wenn du es von Spinn? Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden haben? Davor. In der großen Kamm. Du Scheiße. Oh, 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 oh. Und hier. So, wo lang. Da kommen jetzt wahrscheinlich mehrere Horden immer. So, let's waren hier nicht so viele Enferi. Und keine Sturkunde. Okay. Was ist das? Alter, wie viele kommen hier bitte noch? So, what the fuck? Ach, was zu warten? Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass er einen Sonnenmann holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Boah, klasse. Aber sie zu kontrollieren, während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts. Und das Erste mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian, Vernunft einzureden. Okay, also, er lässt uns auch wieder alleine. Bedeutet, wir sind wieder auf uns alleine gestellt. Aber interessante Sache auf jeden Fall. Boah, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und widmen uns in Ruhe in der nächsten Folge diesem Thema. Weil ich will nicht bei 30 Minuten dann einen Cut machen, deswegen machen wir das in der nächsten Folge dann in Ruhe. Auch ein bisschen die Länge gezogen, weil ich glaube, das wird noch richtig, richtig spannend, Boah. Also, einschalten in der nächsten Folge. Die wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Also, bis dann. Peace out.